Hallo und herzlich willkommen. In der Robotik spielen Sensoren eine wesentliche Rolle. Wir haben als Lichtsensor schon den LDR kennengelernt und jetzt geht es hier um den Ambient Light Sensor, also ein Umgebungslichtsensor und das ist tatsächlich ein Transistor, nur dass da der Basisanschluss fehlt und stattdessen reagiert er auf Licht. Hier sieht man ihn, also das ist nicht zu verwechseln mit einer weißen LED. Die sehen sehr sehr ähnlich aus. Die haben ein glasklares Gehäuse hier und der hat zwar längere Beine, aber das gilt nicht grundsätzlich. Woran man sehr gut erkennt ist, dass es einen dunklen Siliziumchip hat. Hier sieht schwarz aus, wohingegen die LED das nicht hat. Das ist eher so gelblich. Also hier kommt das Licht raus und hier geht das Licht rein und produziert dann hier einen Strom, einen Photostrom. Es gibt eine Photodiode und einen Phototransistor. Eine Photodiode hat einen sehr viel kleineren Strom und ein Phototransistor ist quasi mit eingebauter Verstärkung, wenn man so will. Also je mehr Licht drauf fällt, desto höher ist der Strom, der hier fließt. Und so wie eine Leuchtdiode eine Anode und eine Kathode hat, so hat der Phototransistor auch einen Emitter und einen Kollektor. Und zwar ist wieder der kurze Anschluss hier. Machen wir das mal genauso hin wie in der Abbildung. Also hier ist der kurze Anschluss, hier der nicht verbogen ist der kurze. Das wäre jetzt hier der Emitter. Und der etwas längere ist der Kollektor auf Englisch auch Kollektor mit C. Also kürzt man mit C ab. Und das Symbol auch gleich an der Stelle. Das ist wie ein normaler Transistor. So. Außer, also hier gerne auch mit Gehäuse drumherum. So. Außer, dass die Basis fehlt. Und stattdessen ist es das eingehende Licht, was den durchschaltet. Je mehr Licht, desto höher der Strom hier. Und in der Regel hat man den Emitter an Ground angeschlossen und misst dann den Strom, der hier durchgeht. Wo ist der empfindlich? Also es gibt unterschiedliche Phototransistoren und Photodioden. Dieser hier, der TEPT4400, den wir in unserer Materialbox haben oder den ich für die Leute, die das sozusagen sich selber kaufen, auch in der Materialliste drin habe. Der ist ungefähr so, wie das menschliche Auge empfindlich. Also nicht nur auf einer Wellenlänge, sondern auf dem ganzen Spektrum. Und das gucken wir uns hier mal an. Ich habe mir sozusagen erlaubt, mal die Farben oben dran zu malen. Also die Wellenlänge in Nanometer, die Wellenlänge Lambda, die geht hier von etwas über 400 bis etwas über 800. Wobei die Hauptempfindlichkeit liegt hier, wenn wir mal sagen, also die relative Empfindlichkeit am empfindlichsten ist hier bei so einem Gelb-Orangeton oder Gelbton und dann nur noch 80% Empfindlichkeit bei so einem Grün-Blau-Türkis. Also ich würde sagen hier, wenn wir mal die 80% nehmen, dann geht es hier von Türkis-Grün, eher Grün bis ins tiefe Rot rein. Man kann auf jeden Fall sagen, dass in Richtung Blau und Violett das sehr stark und sehr schnell abfällt. Wohingegen hier im Infrarot-Bereich durchaus noch, also wenn wir hier mal 50% hier in diesem Bereich 700 bis 900 Nanometer, also da gibt es durchaus Infrarot-Sendedioden, wo man auch dieses Ding hier noch den Fototransistor verwenden kann. Man kann dann auch mit einer entsprechenden Rotfolie das Licht hier aussperren und dann sozusagen den als Infrarot-Fototransistor verwenden. Es gibt natürlich auch Fotodioden und Fototransisten, die gerade hier dann so eine ganz enge spektrale Linie haben, damit das Tageslicht nicht so einen starken Einfluss hat. Aber wie gesagt, also das ist sehr universell verwendbar und man kann dann gerne mit Filterfolien die Empfindlichkeit für eine besondere Spektralfarbe rausholen. Was hier vielleicht noch wichtig ist, werden wir gleich sehen, der Öffnungswinkel ist plus minus 30 Grad, also ich würde sagen, irgendwie so in die beiden Richtungen. Dazwischen ist empfindlich und dann bei einer bestimmten, bei 100 Lux sind es nominell 200 µA, die da fließen, aber das sehen wir uns gleich noch im Diagramm an. Was vor allen Dingen wichtig ist, sind die absoluten Maximum-Ratings und das sind quasi Warnhinweise, dass man den Fototransistor nicht außerhalb dieser Spezifikation betreibt und ganz wichtig ist, dass die Kollektor-Emitter-Spannung darf auf gar keinen Fall über 6 Volt sein. Also hier ist der Kollektor, hier ist der Emitter und von da nach da, das ist UCE, also die Kollektor-Emitter-Spannung und die muss zwingend kleiner sein als 6 Volt und man darf den auch nicht verpolen, denn VEC, also CE ist Kollektor-Emitter, EC ist Emitter-Kollektor, also umgekehrt darf auch nicht kleiner sein als 1,5 Volt oder größer sein als 1,5 Volt oder kleiner als minus 1,5 Volt. Das heißt, wenn ich den hier oben verpole, Emitter und Kollektor vertauscht, dann verabschiedet er sich schon bei 1,5 Volt. Also auf gar keinen Fall mit der LED verwechseln, denn wenn man eine LED weiß mit 3K9 an plus 9 Volt anschließt, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn man aus Versehen den Fototransistor nimmt und den auch noch verpolt oder auch nicht verpolt, dann sieht er auf jeden Fall die 9 Volt und dann hat man da lange seinen Spaß dran gehabt. Und dann der Kollektor-Strom, Kollektor-Current, EC, sollte auf gar keinen Fall 20 mA überschreiten. Das ist also der Strom, der hier rein fließt, EC. Das heißt, wer auf die Idee kommt hier irgendwie ein Lautsprecher oder ein Motorchen oder sowas anzuschließen, der hat es auch verschenkt. Dann muss man ein neues Material besorgen. Application, das ist oft bei Displays, ist so ein Ding eingebaut, um die Umgebungshelligkeit zu messen. Deswegen auch die Empfindlichkeit wie beim menschlichen Auge und macht dann das Display heller oder dunkler. Also in den meisten Mobiltelefonen kann man das auch beobachten, dass sie es hell oder dunkler machen. Und das ist ein Ersatz für Cadmium-Sulfid-Foto-Widerstände, also für sowas, was wir auch schon verwendet haben. Vor allen Dingen, und das ist der große Vorteil, ist der viel schneller. Also wenn ich hier mit Lichtimpulsen reingehe, im Kilo- oder gar im Megahertz-Bereich, 40 Kilohertz, 100 Kilohertz, ist es für den Fototransistor kein Problem, den Strom schnell hoch und runter zu schalten oder zu modulieren, wohingegen der Fotowiderstand hier der LDR sieht dann alt aus. Ja, der macht vielleicht noch 50 oder 100 Hertz gerade so mit, aber wenn ich da versuche 10 Kilohertz zu übertragen, wird es also mit Licht, mit moduliertem Licht, wird es hier nicht klappen, definitiv. Okay, gucken wir noch ein bisschen zum Thema Empfindlichkeit. Da haben wir dieses nette Diagramm. Hier ist die Kollektor-Emitter-Spannung auf 5 Volt festgehalten, also 1 Volt unter der maximalen Spannung. Dazu gleich mehr. Und hier ist der Fotostrom, also der Strom, der wenn Photonen reinfallen, in den Fototransistor zwischen Kollektor und Emitter fließt. Und das hier ist in Lux, das ist quasi die Helligkeit. Und 10 Lux, das ist wie so eine schummerige Straßenlaterne. Da haben wir hier 20 µA. Dann so ein Flurlicht, deutlich hell als eine Straßenlaterne, aber natürlich nicht super hell. Da sind wir hier bei 200 µA. Und in so einem TV-Studio sind wir dann hier bei 2 mA. Und so ein schummeriges Licht wie hier, das ist also ungefähr hier in diesem Bereich. Also durchaus Büro oder Wohnzimmer ist ein bisschen dunkler, aber sagen wir im Büro oder im kleinen Studio Bereich wird man hier so sein. Okay, dann noch mal kurz zur Kollektor-Emitter-Spannung. Also wenn man die Kollektor-Emitter-Spannung auf 0,5 oder 0,5 oder 1 oder 2 Volt festhält, spielt das überhaupt keine Rolle oder eine geringe Rolle für den Strom. Man sieht bei 20 Lux haben wir etwas über 25 µA. Bei 50 Lux hier irgendwie zwischen 70 und 100 und bei 100 Lux. Also hier nimmt die Steigung etwas zu. Hier spielt die Kollektor-Emitter-Spannung eine Rolle. Aber man kann problemlos die Kollektor-Emitter-Spannung auf 0,5 Volt festhalten. Oder wir werden es tatsächlich auf 0,7 Volt machen. Und dann sieht man, dass der Fotostrom und die Lux-Anzahl hier einigermaßen proportional sind. Und kommt ungefähr hin. Und jetzt kommen wir dazu, wie man den einbaut, bevor wir uns eine Anwendung ansehen. Also das hat ja in der Robotik viele Anwendungen. Zum Beispiel als TAPT 4400, Phototransistor, oft auch noch mit PH geschrieben. Hier nochmal das Symbol, Kollektor und Emitter. Und hier fällt das Licht rein. Und dann gerne hier noch den Kreis drum. Kann man auch weglassen. Und Achtung nochmal festhalten. UCE muss auf jeden Fall kleiner sein als 6 Volt. Damit das hier funktioniert. Und was man leider häufig sieht, ist der naive Ansatz, dass man hier 9 Volt und einen Vorwiderstand und hier den Phototransistor hin. Und dann hier irgendwie was so 16 K oder 1 K. Und dann will man hier die Spannung Ux messen. Denn je nachdem, wie viel Strom hier durchfließt, steigt oder fällt die Spannung hier. Aber das Problem ist natürlich, hier sind 9 Volt. Und wenn der hier dunkel wird und Hoch-Omega, also ein geringerer Strom fließt, müsste man sagen, dann geht es hier in Richtung der 9 Volt. Und dann ist das hier verletzt. Dann sieht der hier Kollektor und Emitter mehr als die erlaubten 6 Volt. Also so geht es nicht. Manche Leute versuchen das dann so zu verbessern, dass sie dann hier noch 10 K hinmachen. Dann kann das hier maximal 4,5 Volt werden. Also das hier mit dem hier ist schon etwas besser. Aber die Profis machen es doch nochmal anders. Es ist von Vorteil, wenn man die Kollektor und Emitter Spannung konstant hält. Denn wenn er jetzt hier noch höherer Strom fließt, dann fällt ja diese Spannung. Und dann ist die Kollektor und Emitterspannung mal höher und mal tiefer. Und dann verschenkt man eine gewisse Linearität. Was man also macht, ist die solide Lösung. Man bedient sich eines Operationsverstärkers. Und da wissen wir ja, dass wenn wir eine negative Rückkopplung einbauen. Hier so. Mit einem bestimmten Widerstand. R-Feedback nennen wir den mal. Und hier ist die Ausgangsspannung UO. Und dann nehmen wir mal einen Rail-to-Rail, also einen halb TLV2372. Und jetzt geben wir hier eine bestimmte Spannung rein, zum Beispiel 0,7 Volt. Dann wird durch diese Rückkopplung, durch diese negative Rückkopplung sorgt Operationsverstärker dafür, dass wir auch hier die 0,7 Volt haben. Und das ist natürlich super, weil dann machen wir einfach folgendes. Dann bauen wir hier unseren Fototransistor hin. Ich schreibe es auch mal gleich noch hin. Tab 4400. Natürlich muss man, wenn man einen anderen Typen verwendet, ins Datenblatt gucken, was da die Spezifikationen sind. Die unterscheiden sich natürlich logischerweise. Also hier und hier haben wir die 0,7 Volt. Das heißt, hier müssen wir die 0,7 Volt noch generieren, zum Beispiel indem wir einfach eine 1N4148 mit einem gewissen Vorwiderstand, sagen wir 10K, an die 9 Volt anschließen. Und dann haben wir hier die 0,7 Volt und durch die negative Rückkopplung auch hier die 0,7 Volt. Und wenn jetzt hier ein Kollektorstrom fließt, an dieser Stelle IC, dann wissen wir ja, dass der nicht hier zu dem Eingang rein oder raus fließt, denn das hier ist ja im Bereich von Pico Ampere, sondern der nimmt natürlich den Weg hier rüber. Das heißt, was wir hier als Ausgangsspannung haben, sind die 0,7 Volt natürlich plus die Spannung, die wir hier haben. Und da gilt das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I. Also das ist der Feedback Widerstand mal der Kollektorstrom vom Phototransistor. Und da machen wir jetzt gleich ein Beispiel, nämlich Rf wählen wir im ein Beispiel 47 Kilo Ohm. Das bedeutet, was haben wir dann? Falls IC 100 Mikro Ampere sind, also so eine moderate Helligkeit, dann würde das bedeuten, dass dann UO sind dann 0,7 Volt plus die 47 Kilo Ohm mal 100 Mikro Ampere. Das sind 47 mal 100, das sind 4,7 Volt insgesamt. Und das sind dann 5,4 Volt. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier noch mein Drehspulinstrument angeschlossen, was Mikro Ampere misst und ich habe hier einen 180 Kilo Ohm Widerstand. Das heißt, bei 5,4 Volt, wenn ich hier 5,4 Volt habe, I gleich U durch R, 5,4 durch 180 Kilo Ohm, 54 und 18 ist der Faktor 3, dann werden hier die 30 Mikro Ampere angezeigt. Das heißt, relativ rechts der Ausschlag 30 Mikro Ampere sind die 5,4 Volt. 30 Mikro Ampere auf der Anzeige hier entsprechen also 100 Mikro Ampere Photostrom, wenn ich hier die 47 Kilo Ohm habe. Ich kann das natürlich deutlich empfindlicher machen. Wenn ich also empfindlicher werden will, empfindlicher, dann mache ich einfach Feedback gleich 1 Mega Ohm. Das ist also ein Faktor mal 2, also rechnen wir mal in 50 Kilo mal 2 wäre 100, also ein Faktor 20 empfindlicher. Das heißt, der Vollausschlag mit 30 Mikro Ampere würde dann schon bei 20 Mikro Ampere erfolgen. Also wenn ich noch mal zurück in meine Kennlinie gehe hier, dann sehen wir, entweder ist hier der Vollausschlag oder bei 100 Mega Ohm dann eher so hier unten zwischen Laterne und Flur. Und das ist also eine sehr einfache, aber sehr effiziente Schaltung und der Trick ist halt, dass hier immer die 0,7 Volt sind. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Hier haben wir die Schaltung mit einem Rückkopplungswiderstand von 47 Kilo Ohm. Es wird also nicht so stark verstärkt, der Fotostrom. Aber wir haben natürlich einen sehr schönen Umgebungshelligkeitssensor. Wir haben jetzt hier einen Ausschlag von 20, was also ungefähr 4 Volt entspricht. Und jetzt können wir ein bisschen mehr Helligkeit reingeben. 25 und noch ein bisschen heller. 30 und dann können wir wieder runter gehen. 25, 20, 15 und auch noch im schummerigen Licht bei Kerzenschein 10 oder noch dunkler hier. Die 5 sieht man kaum noch. Das hat jetzt nichts mit dieser weißen leuchtenden LED zu tun. Das ist tatsächlich das Licht, was von hier oben rauf kommt. Man sieht also hier der Schatten lässt die Spannung von 2 auf 1 Volt runter sinken. Und jetzt kann man natürlich das gleiche noch mal ein bisschen empfindlicher machen mit einem 1 Megaohm Widerstand. Und das gucken wir uns als nächstes an. Hier haben wir jetzt so eine schwarze Pappröhre. Die kann natürlich auch rund sein um die Kombination weiße LED und Tapped 4400. Also der Fototransistor, der für Tageslicht insbesondere auch für das weiß empfindlich ist. Und wir haben hier am Display einen Ausschlag von ungefähr 10. Das entspricht rund 2 Volt. 20 sind dann 4 Volt, 30 sind dann 6 Volt. Wir haben jetzt ein bisschen Umgebungslicht, was da nach wie vor noch reinfällt von oben. Aber wir können mal testen. Wenn wir das jetzt mit schwarz abdecken, dann haben wir einen geringeren Ausschlag. Also was weiß ich, so um die 8 rum, 7 rum. Wenn wir statt 10, 11, wenn wir grau nehmen, dann haben wir deutlich mehr. 12 oder ungefähr, gucken wir mal, ja, ein bisschen mehr. So. Und wenn wir weiß nehmen, dann geht es richtig zur Sache. Dann haben wir hier den dreifachen Ausschlag. Und das funktioniert tatsächlich auch noch mit etwas Abstand. Also wenn ich hier ein bisschen höher gehe. Man sieht es, die LED scheint hier durch. Wenn ich also ein bisschen höher gehe, dann geht es vielleicht auf 20 runter. Aber ich bin jetzt in einem guten Abstand. Das kann man durchaus immer noch detektieren. Wer also eine schwarze Linie auf einem weißen Boden aufklebt, oder umgekehrt eine weiße Linie auf einem schwarzen Untergrund, der kann hier wirklich eine Helligkeitsunterscheidung machen. Ich bin jetzt hier deutlich weg. Also nicht direkt dran, sondern mit ein bisschen Abstand. Und wir sehen, das Signal kann man sehr gut auswerten. Wir probieren mal weiß-grau. Einfach wenn wir schon dabei sind. Wir sehen auch dieser Unterschied ist noch gut auswertbar. Und dann zu guter letztlich grau und schwarz. Das ist vermutlich ein bisschen geringer. Schauen wir mal. Grau, schwarz, grau. Ja, ginge auch noch. Müsste man halt dann jeweils reichen. Was natürlich auch geht, ist Abstandsensor. Wenn also die Farbe weiß sich nicht verändert, dann sehen wir hier, je näher ich rangehe. Jetzt bin ich ganz nah dran. Und jetzt gehe ich weiter weg. Und noch weiter weg. Also da kann man schon feinfühlig, ich bin jetzt hier ungefähr fünf bis acht Zentimeter weg. Und jetzt bin ich vier Zentimeter dran und jetzt ganz nah dran. Also das kann man durchaus als Abstandsensor verwenden. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!